Als Fleetwood Mac 1977 ihr bahnbrechendes Album Rumors aufnahmen, verliebten sich Christine und John McVie gerade. Hier erfahrt ihr, wie der phänomenale Erfolg der Band ihre Ehe belastete. Christine McVie war eine Musikerin, die vor allem als Keyboarderin und Sängerin von Fleetwood Mac bekannt wurde. Christine Perfect wurde 1943 in England geboren und begann im Alter von vier Jahren mit dem Klavierunterricht. Christine wurde eine klassisch ausgebildete Pianistin und spielte als junge Erwachsene in den späten 1960er Jahren in einigen Bands in England. Sie spielte in der Bluesband Chicken Shack, bevor sie sich Fleetwood Mac anschloss. In einem Interview mit dem Goldmine Magazine aus dem Jahr 1992 erzählte Christine, dass sie ein Fan von Fleetwood Mac gewesen sei, bevor sie sich ihnen anschloss, und sagte dem Magazin, Ich habe sie absolut verehrt. Für mich waren sie die ultimative Musik, die es zu dieser Zeit gab. Fleetwood Mac war mein Idol, als ich in Chicken Shack war. Christine und der Bassist John McVie lernten sich kennen, weil Chicken Shack für Fleetwood Mac eröffneten. Tatsächlich sah sie sich die Band immer dann an, wenn sie keine Auftritte mit ihrer Band hatte. 1968 heiratete Christine John McVie, wobei Fleetwood Mac-Gründer Peter Green als Trauzeuge fungierte, wie Smooth Radio berichtet. Im Jahr 2022 erzählte sie der Zeitung The Guardian von ihrer Hochzeitsnacht und sagte, Es waren nicht wirklich Flitterwochen. Wir haben nur vor Ort geheiratet, weil meine Mutter krank war. Außerdem sagte sie dem Goldmine Magazine, Als ich John heiratete, hatte ich das Gefühl, dass es sowieso toll war, in ihrer Nähe zu sein, einfach als eine ihrer Ehefrauen. In einem Interview mit dem Rolling Stone äußerte sich Christine McVie über ihre Beziehung zu John und ihre schnelle Ehe. Ich habe ihn geliebt. Er hat mich geliebt. Aus gutem Grund. Sie beschrieb ihn als jemanden, der liebenswert war. Und ein weiterer Charakterzug, den sie an ihm liebte, war sein Sinn für Humor. Sie gab auch zu, dass John mit einer anderen Frau verlobt war, als sie sich kennenlernten. Nach ihrer Heirat verließ Christine ihre Band Chicken Check und wagte eine Solokarriere. Sie veröffentlichte 1970 ihr selbstbetiteltes Album Christine Perfect und wurde noch im selben Jahr gebeten, bei Fleetwood Mac einzusteigen. Die Band wurde in den folgenden Jahren zu einem kommerziellen Erfolg und verkaufte Millionen von Platten. Bis 1977 verschlechterten sich jedoch die persönlichen Beziehungen innerhalb der Band. 1974 trat das Ehepaar Stevie Nicks und Lindsay Buckingham Fleetwood Mac bei, und 1976 trennten sie sich. Mick Fleetwood fand außerdem heraus, dass seine Frau eine Affäre gehabt hatte. Inzwischen hatten auch Christine und John Beziehungsprobleme und beschlossen, sich nach acht Jahren Ehe scheiden zu lassen. Nach Angaben der Washington Post führte John McVies Alkoholkonsum schließlich zum Scheitern der Beziehung. Trotz ihrer persönlichen Probleme arbeitete die Band weiter an dem Album Rumors, das aus emotionalen Songs bestand, die die Gefühle beschrieben, die jedes Mitglied der Band in dieser Zeit durchlebte. Christine und John gingen sich berichten zufolge während der Aufnahmen aus dem Weg, und ihre zerrüttete Beziehung war weiter belastet, als Christine begann, mit dem Beleuchtungsdirektor der Band auszugehen. Im Jahr 1997 blickte Christine McVie auf ihre Beziehung zu John McVie zurück und erklärte rückblickend, dass sie sich wahrscheinlich nicht getrennt hätten, wenn sie nicht zu Fleetwood Mac gekommen wäre. Christine McVie sagte, dass die ständige Anwesenheit von John als Ehemann und Bandkollege ihre Ehe belastet habe. Sie sagte dem Rolling Stone, "...stellen Sie sich die Spannung vor, mit jemandem 24 Stunden am Tag zusammenzuleben. Auf Tour. In einer ohnehin schon stressigen Situation, mit der zusätzlichen Negativität von zu viel Alkohol." Es ging einfach in die Brüche. 1978 heiratete John seine zweite Frau, Julie Ann Rubens, und die Hochzeit fand in Christines alten Haus statt, das sie von ihr gekauft hatten. Obwohl Christine sagte, dass es ein bisschen seltsam war, sagte sie, dass sie wirklich glücklich war, dass ihr Ex-Mann eine andere Frau gefunden hatte. Nach Angaben von Smooth Radio hat Christine auch die Liebe wiedergefunden. Von 1979 bis 1982 war sie mit dem Beach-Boy Dennis Wilson verlobt. Später war sie von 1986 bis 2003 mit Eddie Kintela verheiratet. Im Jahr 2022 sagte sie dem Rolling Stone, dass ihre Beziehung zu John nie so melodramatisch war wie die von Stevie und Lindsay, und dass sie immer noch gelegentlich miteinander telefonierten oder sich schrieben.